Neues Gebäude. Ja, Krankenhaus. Ne, schade. Können wir noch nicht bauen. Aber das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Haben wir schon ein Krankenhaus? Ne, haben wir nicht, ne? Ne. Wo baue ich das denn hin? Hier? Hier kommt... Ja, hier sieht das eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Da könnte man das hinbauen. Wenn ich 65.000 hab. Hm, oh. Drittes Darlehen. Solarkraftwerk. Super geil. Wollen wir es hier hin? Neues Gebäude. Was haben wir denn? Neues Gebäude. Was ist das? Güterzugbahnhof. Und normaler Bahnhof. Ja, aber erstmal möchte ich hier nochmal eine Buslinie machen. Wollen wir es mal hier hin? Und dann fangen wir mal an. Hier unten fangen wir an. Ziehen das einmal... bis hier hin. Und... Bis hier. Bis hier. 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 Oh, oh, nein. Ja, da hin. Genau. Hier hin. Oh, verdammt. Okay, entziehen wir das einmal kurz. Shit. Kann ich die wieder weg machen? Haltestelle entfernt. Okay. Hier hin. Hier. Hier. Hier an die Ecke. Dann einmal bitte hier rein. Hier lang. Hier oben. Und dann... Linie abschließen. Sehr gut. So, wie sieht es genau mit dem Müll aus? Wie weit ist er entleert? 68%. 47% voll. Das ist auch 63% voll. Alter Fucker. Fucker? Alter Vater. Können wir irgendwie den nochmal mehr... Budget zuweisen? Nein, können wir nicht. Shit. Shit, shit, shit. Die ziehen echt viel Geld. 1400. Obwohl, die ziehen alle viel mehr. Ähm... Wie sieht es eigentlich mit dem Strom und Wasser aus? Strom haben wir hier genug? Haben sie auch genug? Genau. Aber ich glaube, ich baue... Ne, wollte ich jetzt nicht... Ich wollte ein Ölkraftwerk bauen. Genau. Bauen wir mal ein Ölkraftwerk noch hier neben. Alles klar. So, dann haben wir jetzt definitiv genug Strom. Wie sieht es aus mit dem Wasser? Wasser ist auch alles fresh momentan noch. Es sind ein paar verlassene Gehäuser, aber egal. So, hier ist überall Verschmutzung. Genau. Aber das ist okay. Weil da wohnt ja eh keiner. Ähm... Bildung sieht super aus. Bus ist auch alles fresh. Wir könnten ja nochmal eine Buslinie zufügen von... Linie... Was? Haltest du schnell zum Verlegen ziehen? Hände ich die bis hier? Ja. Haltest du schnell verlegen? Damit sie hier auch eine komplette Verknüpfung haben. Was haben wir hier nochmal? U-Bahn-Station. U-Bahn-Tunnel. Haben wir noch gar nicht freigeschalten. Ach ne, bauen sie eine U-Bahn-Station. Okay. Was haben wir hier? Einen Bahnhof. Bahnhof könnten wir halt auch gut gebrauchen. Den bauen wir irgendwo hier in die Mitte. Irgendwie... Zum Gewerbegebiet oder zum Wohngebiet. Irgendwie hier könnte man den hinbauen, oder? Hier oben. Wenn ich wüsste, was ich hier so für Häuser hab. Bio-Lebensmittelhaus. Drogerie. Ja, okay. Dann bauen wir da... Einen Bahnhof hin. Das kann ja alles gerne abgerissen werden. Brauchen halt dafür 45.000... Äh, 45.000 Gold. Geld. Gold? Geld. Jo. Alles klar. Dann weiß ich, dass ich den hier hinbauen will. Alles okay. Dann baue ich nochmal irgendwie hier in die Mitte ein. War das bereits belegt? Was denn? Achso. Jetzt können wir den hinbauen. Okay. Ähm... Können wir die Steuern hier nochmal erhöhen? Ich glaube schon. Hauen wir mal auf 13% Steuern. Ich hoffe, es meckert keiner. Nö, bisher meckert keiner. Alles fresh. Okay. Wie sieht's... Wir könnten Darlehen nehmen für 200.000. Ich könnte halt die beiden Darlehens jetzt zahlen. Ich glaube, das... Mache ich auch. Ich zahle das hier jetzt. Damit wir uns nochmal eins nehmen könnten. Was wir auch machen. Wir nehmen uns jetzt ein Darlehen. Und jetzt können wir... ...den Bahnhof bauen. 45.000 kostet das. Ich glaube, dann bauen wir hier erstmal einen Bahnhof hin. Jetzt könnten wir halt Schienen bauen. Die halt... ...von dem Bahnhof aus... Oh. Das ist natürlich doof. Dann muss ich den hier irgendwie wegreißen, ne? Ja, ich muss den Park irgendwie verschieben. Moment. Kann ich den? Ja, verschieben. Verschieben wir ihn mal bis... Ne, verschieben wir den mal ganz woanders hin. Und zwar irgendwie hier oben oder so. Reißen wir halt das Haus da ab. Ja. War vielleicht jetzt nicht so... Worth. Worth. 60 Dollar kostet das Scheiß. Okay, alles klar. Können wir hier jetzt nämlich... ...einen Bahnhof... ...einen Gleis bauen, meine ich. Bis... Können wir das... Oh, ich habe keine Ahnung, wie das mit den Gleisen funktioniert. Bauen wir die Straße dann ab, oder? Ne, okay, gut. Dann haue ich das wieder weg. Weg. Stimmt, das ist dann so eine Bahnunterführung oder so ein Scheiß, ne? Hauen wir das... Ja, dann haben wir da halt ein Haus weniger. Alles klar. Könnten wir das... ...hier ran machen. Dann rüberziehen bis... ...hab wir hier noch irgendwo Platz? Nein, wo kann ich denn... Wo reiße ich denn nur ein Haus ab? Hier reiße ich nur ein Haus ab. Dann müsste ich hier durch. Ich will den Bahnhof ja dorthin bauen. Das heißt, ich mache das irgendwie... Moment, dann bauen wir erstmal... Ne, wo wollte ich den Bahnhof hinbauen? Hier unten wollte ich den Bahnhof hinbauen. Stimmt, hier wollte ich den Bahnhof hinbauen. Kostet wieder 45.000, dann warten wir noch ein bisschen. Wie sieht das eigentlich hier mit den ganzen Gebieten aus? Ist schon ganz gut gebaut, ne? Ist schon ganz gut bebaut. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. So, ich will den Bahnhof eigentlich nur bauen, damit die Züge... Also, damit die Leute von dort drüben nach hier hin kommen können. Dann muss ich das hier noch irgendwie anders bauen. Sodass ich hier ein paar Häuser abreiße irgendwie. Mache ich das erstmal mal bis... Kann ich das bis... Ohne ein Haus abzureißen? Ja, kann ich. Das ist sehr geil. Zack. Von hier aus dann... An diese Straße. An diese Straße. Und dann halt... Geradeaus. Hier lang. Dort drüber. Bis nach... Hier? Und dann kommt das... Später angeknüpft an diesen Bahnhof. Würde ich sagen. Ja. Und... Dann muss ich das später alles nochmal abreißen, weil ich hier ja noch mehr Gebiet habe. Fuck. Okay, egal. So, wo habe ich hier den... Bahnhof lang? Hier habe ich die Straße, ne? Richtig. Wenn ich hier ran muss, kann ich das... Hier hinziehen. Dann würde ich das hier ranziehen. Und hier dann später anknüpfen lassen. Alles klar. Wenn wir genug Geld haben. Können wir ein Darlehen nehmen? Wir nehmen ein Darlehen. Alles klar. Wir gönnen uns einfach Darlehens ohne Ende. Zack. Schienen. Von hier bis... Kann ich das nicht da... Oh, warte mal. Okay, dann muss ich die Parks irgendwie... Ich muss die einmal... Alle ein wenig nach da verschieben. Sorry für eure Häuser. Es tut mir leid. Umzugskosten nur 200. Ja, ach komm. 200 ist alles okay. Zack. So, dann Schienen von... Wo war das? Von dort... Nach dort. Sehr geil. Schienen von hier. Wo haben wir die Straße? Dort haben wir sie. Bis dort. So, dann haben wir auch sogar einen Zug. Dingens. Gedöns. Güterzugbahnhof. Brauchen wir nicht unbedingt. Zuglinie. Achso, die Zuglinie muss ich auch noch hinzufügen. Genau. Von hier... Fährt sie bis nach... Hier. Und dann wieder zurück. Nein. Ach, muss ich... Ich müsste hierzwischen auch nochmal einen Bahnhof bauen. Okay, dann lassen wir das erstmal. Könnten wir ja erstmal eine Straße weiterbauen, ne? Irgendwie... Ja, bis hier und weiterführen bis... Hier unten. Die führt dann weiter bis... Oh, lol. Ich hab hier drüben ja auch noch ganz viel. Was mach ich dann später? Das brauch ich dann später alles. Bis dort. Hier ran. Und dorthin. So, dann bauen wir nämlich hier unten einfach nochmal einen Bahnhof hin, würde ich sagen. Hier unten kommt ein Bahnhof hin. Das passt perfekt. Dann kann ich die ganzen... Ähm... Schienen hier. Hier alles abreißen. Wow. Zack. Das abreißen. Das abreißen. Das. Alles. Abreißen. Zack. 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 Baue ich das nämlich von hier auch nochmal anders. So, und jetzt baue ich hier Schienen. Wo sind hier die Schienen? Oh Gott, ist das dunkel. Ich seh hier kaum was, ey. Schienen Baukosten. Was hab ich denn hier? Ach, ist das nicht schon eine Schiene? Ja, das sind schon Züge. Zuglinien. Egal, dann bauen wir das einmal hier lang, hier lang, hier dran, hier einmal rüber bis zum Bahnhof. Von dem Bahnhof hier aus, einmal hier hin und dort ran. Dann brauchen wir die Zuglinie. Von hier beginnt es und fährt bis nach hier und von hier fährt er bis nach dort und von dort fährt er bis nach dort. Hast du nur eine Linie hinzugefügt? Ja, hinzufügen. Ja, passt doch. Der hier unten braucht nur noch Strom. Dann bauen wir hier erstmal kurz eine Windturbine hin. Das reicht. Und Wasser müssen wir auch nochmal verlegen. Stimmt, Rohre. Rohre. Hier. Hier und hier. Dann von hier bis dort. Dort bis... Nein. Dort bis... Da. Der Part ist auch gleich vorbei, Leute. Oder die beiden Parts. Ich nehme nur diese zwei Parts hier auf. So, perfekt. Dann können wir das hier nochmal alles einteilen. Und ich würde sagen, wir machen das... Das hier zu einem fetten Gewerbegebiet. Also das alles außen. Und innen machen wir alles zu einem Bürogebiet. Und dann bauen wir hier noch Straßen, die ein Wohngebiet, ein riesiges Wohngebiet darstellen. Wieso haben die alle keinen Strom? Die haben doch alle Strom. Wieso haben die alle keinen Strom? Nicht genug Strom. Ja, dann bauen wir halt nochmal mehr Strom hin. Äh, Strom. Solarkraftwerk. Kann ich das irgendwie... Der Ort ist bereits von einer Straße belegt. Hier kann ich es hinbauen. Ah, das bringt gar nicht mal so viel. 160? Wie viel Lärm macht das? 25. Dann können wir das hier hinbauen. Zack! Haben wir jetzt aber definitiv wieder genug Strom, oder? Ach, kommt, Leute. Bauen wir halt nochmal so eins hier hin. Wie viel kostet der Scheiß nochmal? 19.000, alles klar. Zack! Jetzt haben sie aber alle genug Strom, alles klar. Okay, Straßen bauen. Von hier... nach dort. Von hier... nach dort. Von hier... Nee, zu weit oben. Äh, unten. Von hier bis nach da. Es wird halt alles Wohngebiet werden. Zack und zack. Zack und zack. Dann einfach nur zur Verknüpfung. Hier. 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 Zack. Einfach mal alles hier verknüpfen miteinander. Und das alles... wird fettes Wohngebiet. Alles... wird fettes Wohngebiet. Yeah. Aha. Wohngebiet darf nicht zu wenig sein. Und da oben haben wir eigentlich noch relativ wenig Wohngebiet. jetzt haben wir hier halt nochmal einen riesigen Flecken. Wird schon irgendwie alles passen. So. Perfekt. Super geil. Linie und fertig. Was? Wie? Linie? Klar. Ach, Leute. Nein, warte. Hä? Oh, das hier. So, warte mal. Von hier fährt er bis hier. Von dort fährt er bis hier. Und von dort endet er dann Linie abschließen. Ja. Was doch. Ist doch alles fresh, oder? So. Was wollte ich denn bauen? Ach, genau. Ich wollte erst mal gucken. Haben wir jetzt... Ja, wir haben schon ein Krankenhaus gebaut. Okay. Dann würde ich sagen, wollen wir hier irgendwie nochmal ein Krankenhaus hin. Wenn wir das Geld hätten. Äh... Nicht mitten im Wohngebiet, oder? Hier unten können wir das gar nicht hinbauen. Shit. Zu nah. Hier können wir es hinbauen. Dann bauen wir hier unten das Krankenhaus hin, glaube ich. Wenn wir das Geld gleich haben. Wie sieht es denn mit den Friedhöfen auf? Dann müssen wir unten auch noch einen Friedhof hinbauen. Ja, dann müssen wir unten auch noch einen Friedhof hinbauen. Alles klar. Wie sieht es eigentlich mit dem Müll hier aus? Beschweren sich, glaube ich, schon alle, oder? 46% voll. 37% machen wir das mal weg und lernen nur den einen aus. 92% voll. Ein paar verlassene Häuser, alles klar. Ist okay. So, und wir müssen den Part jetzt aber auch beenden, Leute. Oder ich beende gleich den Part sofort. Ach, bauen wir hier unten hin. Alles klar. So, Friedhof bauen wir... ...hier hin. Feuerwehrhaus, bauen wir dann auch noch mal hier irgendwie hin. Polizei... Nein, eigentlich brauchen wir eine Polizeistationen. Äh, Polizeisachen hier. Alles klar. Strom haben die, ne? Haben sie alle Strom, genau. Der da unten nicht. Baue ich noch mal von... ...hier... ...bis... Außerhalb der Stadtgrenzen? Nein. Das ist nicht außerhalb der Stadtgrenzen. Ach, dann warten wir. Dann warten wir. Dann bauen wir das mal so. Zack. Das bauen wir erst mal so. Zack. Haben die auch Strom? Genau. Ähm, irgendwas wollte ich noch schnell bauen. Feuerwehr. Wenn ich sie hier an die Ecke setze, irgendwie hier hin. Oder hier oben hin. Oder hier. Hier ist gut. Hier baue ich Feuerwehr hin. Und Polizei baue ich dann noch mal hier irgendwie hin. Alles klar, Leute. Gut, dann würde ich sagen, speichern wir das Game. Spiel speichern. Staffel 2. Speichern. Wir sehen uns bei... ...das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na.